Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi, Rabbil Alamin, wir begrüßen euch recht herzlichst, liebe Geschwister, und werden heute, biiznillahi ta'ala, weiter fortführen mit unserer wunderschönen Reihe über die Geschichten, Geschichten, die unseren Glauben stärken, und so hat auch Allah, sallallahu alayhi wa sallam, die Geschichten der Propheten offenbart, auf dass er das Herz des Gesandten, den Besten aller Menschen, dass er auch sein Herz befestigt. Das heißt, wir brauchen umso mehr diese Geschichten, damit auch Allah, sallallahu alayhi wa sallam, unsere Herzen befestigt, liebe Geschwister, und diese Geschichten sind nicht irgendwelche Geschichten, sondern es sind Geschichten, die in Wahrheit passiert sind, die uns niemand anderes offenbart hat, außer Allah, sallallahu alayhi wa sallam, und umso mehr sollten wir an diesen Geschichten festhalten und sie studieren, denn sie sind voller Lehren. Und wer auch immer diese Geschichten richtig studiert, er wird viel Nutzen von diesen Geschichten haben, und er wird auch, biiznillahi ta'ala, auf dem Weg der Tugendhaften befestigt sein. Möge Allah, sallallahu alayhi wa sallam, unsere Herzen befestigen. Heute, insha'Allah ta'ala, machen wir weiter mit der Geschichte von Nuh, alayhi sallatu wa sallam, liebe Geschwister. 950 Jahre verweilte er unter seinem Volk, indem er sie rief. Er war natürlich älter als 950 Jahre, wie wir das das letzte Mal bewiesen haben, aber 950 Jahre war die Dauer der Dauer. Und es ist wahrlich keine kurze Zeit, sondern ein Leben, welches man mit Prüfung überstehen muss. Und so war Nuh, alayhi sallatu wa sallam, einer, den Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ausgezeichnet hat. Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sagt über ihn, innehu kana abidan shakura walish, er war ein dankbar adina. Und diese Wörter stehen bis Jawmul Qiyamah im Buch Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Liebe Geschwister, Allah, sallallahu alayhi wa sallam, hat Nuh, sallallahu alayhi wa sallam, hat Nuh, sallallahu alayhi wa sallam, jetzt zu diesem Volk geschickt. Und so sagt Allah, azzawajal, subhanahu alayhi wa sallam, wa la qade arsalna nuhan ila qawmi, inni lakum nazirum mubin. Wir haben Nuh zu seinem Volk entsandt, zu seinem Volk geschickt. Und er sagte zu ihnen, ich bin euch ein deutlicher Wahner. Allah ta'abudu illallah, dass ihr niemand anderen anbeten dürft, außer Allah. Das war immer die Kernbotschaft aller Propheten. Niemand von den Propheten kam mit einer anderen Kernbotschaft. Und wir sollten an diesem Punkt stehen bleiben, liebe Geschwister. Ein Prophet kommt nicht, damit er den Leuten beibringt, wie sie dieses Spiel oder jenes Spiel spielen. Und ein Prophet kommt nicht, damit er den Leuten beibringt, wie sie ihre Zeit vertreiben. Ein Prophet kommt nicht, um den Leuten etwas beizubringen im Leben, was für sie weder einen Nutzen im Diesseits noch im Jenseits hat. Was hat er ihnen beigebracht? Er sagte, ich bin euch ein deutlicher Wahner. Und das waren die Eigenschaften der Propheten. Sie kamen nicht nur als frohe Boten, sie kamen auch als Wahner. Ich bin euch ein deutlicher Wahner, bedeutet, ich komme nicht zum Spaß zu euch, sondern ich komme zu euch, damit ich euch vor der schwersten Strafe warne. Und glaubt mir, ihr kennt mich. Ich bin aus eurem Volk, ich bin aus eurer Mitte. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala die Propheten immer aus dem Volk der Mitte geschenkt. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala den Leuten klar machen wollte, das sind doch Leute von euch, aus eurem Volk. Ihr kennt sie doch, ihr vertraut ihnen. Ihr wisst, dass diese Leute niemals gelogen haben und niemals etwas anderes angebetet haben außer Allah. Wen wollt ihr euch zu Vorbildern nehmen, wenn nicht diese Leute? Und so sagte er zu ihnen, Das ist die größte Barmherzigkeit, liebe Geschwister. Was manche Leute als extrem sehen und radikal sehen, dass man die Leute mit der Strafe warnt, war die gängige Praxis von den Propheten. Warum? Ein Betrug wäre, wenn die Menschen im Glauben gelassen werden würden, dass alles in Ordnung ist. So sagte Ibn Abi Ad-Dunya, rahimuhullah ta'ala, er sagte, das Feuer ist eine Barmherzigkeit. Alleine, dass Allah azza wa jal uns darüber berichtet hat, lässt uns einfach nur die Schlussfolgerung ziehen, dass wir uns vor diesem Höllenfeuer bewahren sollen. Bringt uns zu dem Schluss, dass wir uns vor diesem Höllenfeuer bewahren sollen und niemand von uns hat Yaumul Qiyama eine Ausrede. Stell dir vor, die Propheten wären gekommen, indem sie das Volk getäuscht hätten und dieses arme Volk wüsste nichts über die Strafe. Allah subhanahu wa ta'ala. Und so würden sie ihre Völker lassen und sie im Glauben lassen, dass alles in Ordnung ist. Und wenn diese Völker sterben und vor Allah auferstehen, dann wird die harte Strafe sie erfassen. Würden sie dann nicht die Propheten verfluchen. Das wäre in der Tat so. Aber diese Propheten haben ihre Arbeit gemacht, liebe Geschwister. Ich fürchte um euch. Ein Tag der schmerzhaften Strafe. Was war die Antwort derjenigen, die ungläubig waren und niemals bereit waren, die Wahrheit anzunehmen? So sagten sie zu ihm, die Mehrheit und die Würdenträger und die Obrigkeit vom Volk. Du bist nur ein Mensch wie wir. Schaut subhanallah diese Leute. Sie dachten, wenn ein Gesandter zu ihnen kommt, dann muss es eine andere Schöpfungsart sein. Wo wäre dann die Prüfung? Wo wäre die Prüfung, wenn ein Engel zu ihnen geschickt werden würde, der gänzlich anders ist? Und wenn auch sie das akzeptiert hätten und gesagt hätten, ja Allah, schick uns einen Engel und Allah würde ihnen einen Engel schicken, dann würden sie sagen, wir sind keine Engel, dass wir das befolgen können, was uns dieser Engel auferlegt. Wir sind nicht in der Lage dazu. So wären ihre Ausreden gewesen. Daher hat Allah subhanahu wa ta'ala einen Menschen wie sie zu ihnen geschickt, damit sie auch sehen, das ist genauso ein Mensch wie ihr. Dieser Mensch, er isst und dieser Mensch, er trinkt und dieser Mensch, er schläft und dieser Mensch hat Gefühle. Ihr schafft das, diesen Menschen nachzufeifern und ihr schafft das, ihr schafft das in jedem Fall, dass ihr euch ein Vorbild an diesem Menschen nehmt und ihr seid in der Lage auch das zu vollziehen, was dieser Mensch euch auferlegt. Aber subhanallah, sie haben gedacht, wenn er nicht etwas Besonderes, Außergewöhnliches in ihren Augen ist, wie kann er ihnen befehlen, dieses und jenes zu machen? Und sie sagten dann ein Scheinargument zu ihm, was wir auch in der heutigen Zeit hören. Und ihr solltet wissen, liebe Geschwister, heute lernen wir die Wasail, die Mittel kennen, womit die Islamhasser, die Muslime immer wieder in der Geschichte schlecht gemacht haben und mit welchen Scheinargumenten sie an sie herangetreten sind. Sie sagten zu Nuh a.s. Wir sehen, dass nur die Niedrigsten des Volkes dir folgen. Subhanallah. Was sagt man dir heute? Die Salafisten sind Hartz-IV-Empfänger. Die Salafisten sind Leute, die es nicht im Leben zu etwas geschafft haben. Die Salafisten, die untersten Leute wollen sie dir sagen. So haben auch damals diejenigen, die hochmütig waren, argumentiert und gesagt, das sind nur niedrige Geschöpfe, die dir folgen. Sollen wir uns etwa mit diesen Leuten zusammen in einer Sitzung hinsetzen und wir haben dann denselben Wert wie sie. Hochmütig waren sie. Hochmütig, liebe Geschwister. Und Subhanallah. Wir sollten uns eine Frage stellen. In der Tat, die Ersten, die immer den Propheten gefolgt sind, waren immer die Unterdrückten und die Schwachen. Warum? Das ist eine großartige Frage. Das ist natürlich leicht zu beantworten. Warum? Weil die Schwachen, Unterdrückten haben nichts zu verlieren gehabt. Und sie haben in der Gesellschaft eine schwache Stellung gehabt. Und der Islam kam immer, indem er ihnen die Rechte gegeben hat. Und dieses führte dazu, dass sie nichts anderes dann als diese Wahrheit annehmen wollten. Sie haben eine Religion wiedergefunden, wo sie gesehen haben, dass sie einen Herrn haben und dieser Herr Subhanahu wa ta'ala ihnen Rechte gegeben hat. Und nicht nur das, die Armen und Schwachen hatten keine Hindernisse, die Wahrheit anzunehmen. Während die Reichen und Mächtigen überlegt haben, wenn ich jetzt diese Wahrheit annehme, auf was muss ich dann verzichten? Wo ist meine Stellung dann noch im Leben? Und kann ich dann nicht mehr so agieren, wie ich jetzt agiere? Und kann ich nicht mehr die Leute unterdrücken und sie ausnehmen? Dieses alles wäre dann zu Ende. Und daher hatten sie diese Hindernisse, die Reichen und die Mächtigen und waren auch dementsprechend nicht bereit, die Wahrheit anzunehmen. Anders als die Schwachen und Unterdrückten, die überhaupt keine Hindernisse hatten, die durch den Islam die Erlösung bekommen haben im Diesseits und im Jenseits. Möge Allah uns nur auf dem Islam befestigen. Sie sagten zu Nuh a.s. Wir sehen nur, dass die Schwächsten dir, die Niedrigsten dir folgen, O Nuh, die voreilig sind, emotional sind, schnell handeln, ohne zu überlegen. Subhanallah. Wallahi, sie haben genau das erfasst, was ein Gläubiger ausmacht. Denn wenn ein Gläubiger die Wahrheit erkennt, dann beeilt er sich damit, diese Wahrheit anzunehmen. Während derjenige, der die Wahrheit nicht akzeptiert, diese Wahrheit erstmal beiseite legt. Aber schaut den Unterschied zwischen einem Gläubigen und einem, der den Glauben nicht verinnerlicht hat. Der Gläubige beeilt sich, weil er weiß nicht, wann Allah subhanahu wa ta'ala seine Seele nimmt. Deswegen lässt er keine Zeit verstreichen und er sagt sich, wenn ich jetzt den Islam annehme, dann habe ich mich zumindest erstmal gerettet. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat meinen Ausgang geplant. Das sind die Gläubigen, das sind diejenigen, die keine Zeit verstreichen lassen und das sind die Klugen. Was haben die Kuffar gesagt? Sie sagten zu Nuh a.s. Das sind Leute, die keinen Wert haben, weil sie diese Eigenschaften haben. Eigenschaften, die nichts anderes als gute Eigenschaften waren. Subhanallah. Was haben sie danach gesagt? Ihr habt keinen besonderen Vorzug über uns. Vielmehr denken wir, dass ihr nichts anderes als Lügner seid. Subhanallah. Subhanallah. Liebe Geschwister, das Schlimmste, was man zu einem Propheten sagen kann, ist, dass er ein Lügner ist. Denn Allah entsendet diesen Propheten mit der reinen Wahrheit, mit einer einzigartigen Wahrheit. Wenn dieser Prophet dann der Lüge bezichtigt wird, bedeutet das, dass diese Menschen, die ihn der Lüge bezichtigen, die gesamte Barmherzigkeit von sich gewiesen haben. Warum hat Allah ihnen wahrhaftige Leute geschickt? Damit sie ihnen auch glauben, hätte Allah einen Propheten zu den Menschen geschickt, der ein Lügner war, der schon vorher der Lüge bezichtigt wurde, so hätten die Völker Jaumul Qiyama eine Ausrede und sie könnten sagen, ja Allah, warum sollten wir ihm folgen? Er war ein Lügner. Er hat uns in der Dunya angelogen. Warum sollten wir ihm folgen? Aber nein, Allah hat ihn wahrhaftige Leute geschickt, wie dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Als er unter seinem Volk war, hörte man nichts anderes von seinem Volk, als dass er der Wahrhaftige war. As-Sadiq, al-Masduq, der Wahrhaftige, al-Amin, der Vertrauenswürdige. Aber als er auf den Berg von Safa gestiegen ist und die Leute gerufen hat und sie gewarnt hat vor einer Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem sie zuvor erstmal bestätigt haben, Wir haben niemals von dir erlebt, dass du uns angelogen hast. Nachdem er ihnen die Botschaft verkündet hat, die Botschaft der Wahrheit des Islam, haben sie gesagt, zugrunde sollst du gehen und dann haben sie ihn Lügner genannt. So war dieses ungerechte Auftreten von diesen Leuten. Nuh alayhi salatu wassalam hat sich Sorgen gemacht um sein Volk. Warum soll er dieses Volk warnen? Warum sollte er diesem Volk seine Zeit widmen und ihnen sagen, dass sie sich bessern sollen und sich Allah subhanahu wa ta'ala zuwenden sollen? Wenn er doch etwas Schlechtes für sie will, bei Allah, die Propheten haben niemals etwas Schlechtes für ihr Volk gewollt. So sagte er, O mein Herr, ich habe sie am Morgen und am Abend mein Volk zu dem Weg der Wahrheit gerufen. Aber dieses Rufen hat nur eins bewirkt, dass sie sich noch mehr von mir entfernt haben. Sie haben die Wahrheit verabscheut. Und jedes Mal, wenn ich zu ihnen gekommen bin und sie dazu aufgerufen habe, dass Allah subhanahu wa ta'ala bereit ist, eure Sünden zu vergeben, so haben sie ihre Finger in die Ohren gesteckt, symbolisch. Wir wollen nicht hören, was du sagst, denn vielleicht werden wir davon beeinflusst. Und sie haben ihre Kleidung über ihre Köpfe gestülpt und sie sind verharrt in ihrem Unglauben und sie sind nur hochmütig geblieben. Nuh hat nicht abgelassen. Er könnte sagen, ja Allah, das ist ein frevelhaftes Volk, ich war ein Jahr bei ihnen, fünf Jahre, zehn Jahre, nein. Nuh ist 950 Jahre unter ihnen verblieben und hat nicht nachgelassen, diese Dauer weiter vorzuführen. Warum? Weil er das Beste für sein Volk wollte. Er sagte, ich habe sie dann im Öffentlichen gerufen und auch im Geheimen. Ich habe keinen anderen Weg, wollte er damit sagen, ausgelassen, außer, dass ich sie zu der Wahrheit gerufen habe. Fakultu, istagfiru rabbakum, innahu kan ghafara. Zuzat tischtsuinen, bittat Allah egenhiyan umfagibum. Istat sehlish da yiniga, da da alfagibintis. Subhanallah. Yursele sämaha aalikum midrara, wa yumdidukum bi amwali wabanin, wa yajjal lakum janaat, wa yajjal lakum anahara. Nuh alayhi salatu wassalam und das ist die Weisheit von einem Da'i, von einem, der die Leute zum Weg ruft. Er zeigt ihnen die Vorteile in der Dunya auf. Wenn ihr Allah um Vergebung bittet, yursele sämaha aalikum midrara, so wird Allah euch alles geben. Ihr werdet nichts vermissen. Und er wird euch mit Vermögen und mit Kindern stärken. Das ist die Dunya. Und das ist nicht nur das Einzige, was ihr bekommt in der Dunya, sondern dafür bekommt ihr auch nach der Dunya, nachdem Allah euch in dieser Dunya genießen lassen hat, ihr Vorteile und Vorzüge bekommen habt, nach der Dunya, nachdem ihr das Gute bekommen habt, geht es weiter mit dem unermesslichen Lohn im Paradies. Und er wird euch Paradies Gärten geben und Flüsse. Was ist der Hinderungsgrund für ein Menschen den Islam anzunehmen? Er hat ihnen keine Tür offen gelassen. Er hat ihnen gesagt, ihr braucht nur Allah um Vergebung zu bitten. Dieses ist für die Abgeordneten eine schwere Tat. Sie wollen das nicht. Sie lieben Allah nicht. Allah der sie erschaffen hat. Allah der sie mit allen Annehmlichkeiten in dieser Dunya begnadigt. Sie lieben Allah nicht. stattdessen lieben sie es sich Allah zu widersetzen der es nicht eilig hat diese Leute zu bestrafen sondern überlegt nach diesem üblen Verhalten von diesen abgehörten Menschen hat Allah Nuh nicht von diesem Volk abgezogen und die Strafe über sie ergehen lassen sondern er hat noch viele Jahre gepredigt unter seinem Volk Nuh Alayhi Salatu was Salam bei Allah wenn Allah ein strafender Herr wäre einer der es eilig hätte mit der Strafe so hätte er Nuh keinen vollständigen Tag gelassen und dann die Strafe über diese Verbrecher kommen lassen aber er hat es nicht eilig mit der Strafe jeden Tag wird Allah beschimpft jeden Tag sagen Menschen Allah hätte sich einen Sohn genommen ein Verbrechen jeden Tag lügt man über Allah und trotzdem schenkt Allah diesen Leuten weiter Versorgung und er gibt ihnen Gesundheit und er wartet auf die Reue dieser Leute wenn diese Menschen auch sehr weit von Allah entfernt waren so verschließt Allah nicht die Türen zu seiner Barmherzigkeit im Gegenteil wenn sie tatsächlich dann bereuen ist Allah bereit diesen Menschen die ihn beschimpft haben und ihn gehasst haben und seinen Gesandten getötet haben Allah war immer bereit die Reue von diesen Leuten anzunehmen Nuh liest keine Möglichkeit aus außer dass er diese Leute gerufen hat irgendwann sagte dann das Volk du hast lange mit uns gestritten und dabei übertrieben du hast uns lange genug zu diesem Weg gerufen und jedes Mal müssen wir uns deine Wörter anhören du hast übertrieben und dann sagten sie so sagten sie wenn du nicht endlich aufhörst damit mit was uns zum Tauhid zu rufen zu dem was uns zu Friedenheit in dieser Welt und in der nächsten Welt bringt wenn du nicht aufhörst uns dazu aufzurufen dann wirst du einer der Gesteinigten sein du wirst sehen es wird nicht ein paar Tage dauern bis wir die steinigen töten werden subhanallah überlegt dieser Prophet tag ein und tag aus ist er mit diesem Volk beschäftigt er sagt oh mein Herr am Morgen und am Abend rufe ich sie an öffentlichen Plätzen an geheimen Plätzen ich lasse keine Möglichkeit aus diese Leute zum Paradies zu rufen was war die Antwort derjenigen die uns auch in dieser heutigen Zeit als radikal sehen die Antwort von ihnen war wir werden dich steinigen wenn du uns nicht in Ruhe lässt wir wollen Kofar bleiben und wir sind nicht bereit eine andere Wahrheit anzunehmen denn wir haben das bei unseren Vorvätern so vorgefunden also werden wir genauso leben wenn wir dieses auch als Wahrheit erkennen wozu du uns rufst also hat Nuh gesehen diese Leute machen jetzt ernst und sie waren nicht mehr bereit lange mit Nuh zu sprechen und nicht nur dass Nuh geprüft wurde mit seinem Volk die sehr ungerecht waren zu ihm nein auch seine Frau die eigene Ehefrau von Nuh war eine Verräterin jedes Mal wenn sie mitbekommen hat dass einer bereit war die Wahrheit anzunehmen so ist sie zu dem verbrecherischen Volk gegangen und hat ihnen gesagt dieser möchte Nuh folgen kümmert euch um ihn und so wurde er getötet oder misshandelt das war ihre Arbeit der Frau von Nuh Allah hat ihr Ende bestimmt und was hat ihr genutzt dass sie so einen tugendhaften Diener als Ehemann hatte der einer der höchsten Paradies Bewohner sein wird Allah erprägt das Beispiel von der Frau von Nuh für wen für die Kuffar allesamt für diejenigen die ungläubig sind erprägt das Beispiel von der Frau von Nuh und der Frau von Lut sie hatten beide dieselbe Stellung diese zwei bedeutet diese zwei Frauen waren die Frauen von unseren rechtschaffenden Dienern doch sie handelten verräterisch sagt Allah über die Ehefrauen von diesen beiden geehrten Propheten darum sagt Allah nützte ihnen nichts gegen Allah was sie getan haben und es wurde gesagt geht ihr beide die Frau von Nuh und die Frau von Nuh geht ihr beide ins Feuer ein zusammen mit denen die auch in das Feuer eingehen Subhanallah sie waren Verräterin sie waren Verräterin aber was bedeutet hier Verräterin nicht dass wir etwas falsches verstehen liebe Geschwister sie haben haben keinen Verrat im Ebet begangen wie Ibn Abbas sagte Ibn Abbas sagt niemals hat eine Frau von einem Propheten ihn im Ehebett verraten das heißt dass sie mit einem anderen Sinner gemacht hat sondern ihr Verrat lag darin dass sie ihre Männer in der Religion verraten haben dass sie ihre Männer in der Religion verraten haben und das ist der schlimmste Verrat überlegt liebe Geschwister draußen außerhalb des Hauses hatte nur keine Ruhe und zu Hause hatte er eine Ehefrau die keine tugendhafte Frau war und so lernen wir es gibt Situationen wo ein Mann das höchste Paradies erreicht aber die Frau das tiefste Höllenfeuer verdient oder umgekehrt eine Frau bekommt das höchste Paradies wie im Fall von Asya die Frau von Pharaon sie ist in einem hohen Paradies während ihr Mann im tiefsten Höllenfeuer ist Allah lässt zwei Menschen im selben Haus leben und trotzdem haben sie zwei verschiedene Ausgangsorte die einen im Paradies die anderen im Höllenfeuer Möge Allah uns und unsere Familien allesamt in das Paradies eingehen lassen Allahumma Amin Sheikh Islam sagte wer eine Frau von einem Propheten der Sinna bezüchtigt hat den Islam mit Ijma aller Gelehrten verlassen deswegen müssen wir die Texte richtig verstehen liebe Geschwister denn das kann zu großem Übel führen dass wenn wir hören eine Ehefrau hat ihren Mann der ein Prophet war verraten dann könnten wir denken dass dieser Verrat im Ehebett statt gefunden hat auf keinen Fall dieses ist ausgeschlossen also hat Nuh weiter versucht die Leute zum Islam zu rufen aber er sah die Lage die Situation ist aussichtslos die Erde ist versalzen die Leute wollen den Islam nicht annehmen und als die Türen auf der Erde für Nuh alle verschlossen waren zu den Herzen der Menschen so hat Allah die Türe des Himmels geöffnet subhanallah höre was Allah subhanahu wa ta'ala sagt es wurde zu Nuh alaihi salatu was salam gesagt niemand von deinem Volk wird mehr glauben außer denen die schon geglaubt haben deswegen werde nicht traurig ja Nuh was dein Volk begeht schaut wie Allah subhanahu wa ta'ala seinem Diener seinem geehrten Diener Nuh ins Herz einlegt dass jetzt niemand mehr glauben wird aber sei nicht traurig es ist nicht deine Schuld es sind ihre verdorbenen Herzen die sie daran hindern die Wahrheit anzunehmen subhanallah und ich möchte hier nur eine Klammer auf Klammer zu machen liebe Geschwister vielleicht könnte der eine oder andere sagen warum war Nuh jetzt bereit ein Bittgebet zu sprechen Nuh sprach dann ein Bittgebet er sagte mein Herr lass niemand mehr auf der Erde von diesen Ungläubigen übrig wenn du sie nämlich am Leben lässt so führen sie deine Diener in die Irre und setzen nichts anderes als Sünder und Ungläubige in die Welt sie bringen niemand anderen zur Welt außer Leute die genauso verdorben sind wie sie warum hat unser Prophet Mohammed als er in Paif war und Mikael der edle Engel zu ihm kam und ihm gesagt hat befehl mir was du willst Allah hat mir bereits befohlen dir zu gehorchen warum hat Mohammed ihm nicht gewähren lassen und die beiden Gebirgshälften über das Volk von Taif einbrechen lassen auf das sie alle sterben so 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 Mohammed Allah Allah leite mein Volk recht denn sie sind Leute die nicht Bescheid wissen unwissend hat Nuh ein Fehler gemacht als er Allah gebeten hat ja Allah lass niemanden mehr von diesen Leuten übrig nein du hast doch zuvor gehört Allah hat ihm offenbart dass jetzt keiner mehr gläubig sein wird niemand mehr von diesem Volk wird den Glauben annehmen daraufhin nach dieser Offenbarung machte Nuh das Bittgebet denn er kann nicht in die Herzen hereinschauen wie viele Geschwister haben wir die uns eine Ayah von Surat Al-Baqarah vorlesen wo Allah sagt ganz gleich ist es ob du sie warnst oder nicht sie werden nicht glauben wer weiß das Allah aber was uns anbelangt wir wissen nicht mit wem wir es zu tun haben wir können nicht in die Herzen hereinschauen wie viele Leute die den Islam abgrundtief gehasst haben haben ihn umso mehr mit Freude angenommen und sind mit diesem Islam gestorben deswegen liebe Geschwister wir wissen nicht wessen das Herz verschlossen hat wir können immer nur nach dem äußerlichen agieren solange uns dieses nicht bekannt ist und das ist uns ohne Offenbarung niemals bekannt wessens Herz Allah versiegelt hat solange machen wir mit jedem Dau das ist unsere Aufgabe Allah hat jetzt das Bittgebet von seinem Diener Nuh erhört lass niemanden mehr von diesen Leuten übrig denn wenn du sie weiter walten lässt so werden sie nichts anderes als Sünder und Ungläubige in die Welt setzen und tatsächlich das hatte eine Geschichte jedes Mal wenn die Kuffar mit ihren Kindern an Nuh vorbeigegangen sind dann sagten sie zu ihrem Kind schau dieser ist ein Lügner glaube ihn niemals in deinem Leben und als dieser Junge herangewachsen ist und Kinder bekommen hat hat er ihnen dasselbe gelehrt jeder hat sich gegenseitig vererbt dass Nuh ein Lügner ist und einer der das Volk in die Irre führen will deswegen sagte Nuh wenn du sie weiter auf der Erde leben dann werden sie nichts anderes zur Welt bringen außer Sünder und Ungläubige subhanallah keine leichte Situation für Nuh aber es sollte nicht leichter werden liebe Geschwister Allah hat dann den Befehl ergehen lassen das erste Schiff was auf Erden gebaut wurde wer baute ist Nuh in einer bestimmten Ausbildung und hat das gelernt wie er ein Schiff baut Allah hat dieses beaufsicht subhanahu wa ta'ala und so wurde das erste Schiff gebaut liebe Geschwister um welcher Nutzen liegt in diesen Schiffen wie viel Gutes konnten die Völker damit machen und baue das Schiff unter unserer Aufsicht sagt Allah subhanahu ta'ala und nach unserer Anweisung und bitte mich nicht wegen den anderen die gefrebelt haben um Barmherzigkeit denn diese werden ertrinken Keine leichte Sache für einen Propheten der nur das Beste für sein Volk wollte aber wer ist barmherziger als Allah niemand Allah hat ihnen eine Chance gegeben hat ihnen Zeit gegeben dass sie immer wieder zu Allah zurückkehren und er wäre auch immer wieder bereit subhanahu wa ta'ala die Reue von seinen Dienern anzunehmen aber diese Diener waren hochmütig diese Diener waren Leute sie wollten nicht die Wahrheit annehmen jetzt sagt Allah sprich mich nicht an wegen irgendeinen von diesem Volk von diesen Ungerechten denn sie werden ertränkt werden Allah hat das beschlossen um was Allah beschließt passiert wie wir gleich sehen werden bei Ibn la ta'ala subhanallah hätte Allah ihn nicht so erretten können aber er wollte dass nur die Mittel schafft und es wurde gesagt dass dieses Schiff aus drei Etagen bestand liebe Geschwister so sagte Allah subhanahu wa ta'ala und er baute das Schiff unter der Anleitung von Allah subhanahu wa ta'ala und so oft die Obrigkeit an ihm vorbeikam vom Volk die besonders hartnäckig waren so gingen sie an ihm vorbei nur das nein so haben sie sich lustig gemacht über ihn schaut dieser verrückte erbaut in der Wüste ein Schiff wer braucht in der Wüste ein Schiff und genau in dieser Wüste wurden sie ertrinkt genau in dieser Wüste in der es nicht einen einzigen Tropfen Wasser gab es so wurden sie genau an diesem Ort ertrinkt hat nur sie walten lassen nein er sagte zu ihnen macht euch nicht über uns lustig so werden wir auch euch verspotten das bedeutet im jenseits wenn der Tag der Wahrheit kommt gerade so wie ihr uns verspottet so werden wir euch verspotten stolz subhanallah überlegt liebe Geschwister und ich mache hier eine Klammer auf und Klammer zu nur hat so eine Prüfung mit seinem Volk gehabt nicht nur dass er sie jahrelang zu der Wahrheit gerufen hat jetzt wo nur wusste dass diese Leute nicht mehr glauben werden und die gesamte Hoffnung bei diesen Leuten ausgeschaltet wurde so kamen sie an ihm vorbei und haben sich immer über ihn lustig gemacht glaubst du wirst das lange ertragen ohne dass du irgendwann etwas ausfälliges machst ohne dass du irgendwann die Nerven verlierst nur haleyh salatu was salam war geduldig und das sage ich zu meinen Brüdern und Schwestern die wenn sie mal ausgelacht werden wenn sie mal beschimpft werden wenn sie mal attackiert werden dass sie dann gleich die Hoffnung verlieren nur haleyh salatu was salam hat das jeden tag mit gemacht jeden tag schau was das sind nicht meine worte jedes mal wenn sie das bedeutet sein volk an ihn vorbeiging haben sie sich über ihn lustig gemacht wallahi du und ich wir würden das keine drei vier mal am tag aushalten und nur salatu hat das hunderte von jahre durchgehalten aber er sagte zu verspottet uns nur in der dunya diese dunya gehört sowohl ein kafir als auch ein mu'min aber jawmul qiyama der tag des gerichts gehört nur den gläubigen wir werden sehen wer dann die gewinner sein werden er zeigte den stolz vom islam und so sagen wir auch diejenigen die sich über den propheten lustig machen und ihn belächeln und ihn als erniedrigte person darstellen lacht und zeichnet aber bei allah es wird der tag kommen wo ihr euch in die hände beißen werdet dass ihr diesem edlen propheten in dieser dunya nicht gefolgt seid schaut mal der prophet wird auf uns warten der prophet berichtet uns und die überlieferung ist von wenn die Menschen durstig sein werden denn sie werden 50.000 Jahre unter der sonne stehen so werden sie zu den propheten gehen und sie bitten dass diese propheten ein gutes wort für sie ein legen und und werden dann zum haut gehen dass ein Wasserbecken der prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam hat den größten Wasserbecken den größten von allen propheten und er wird dort auf seine Leute warten auf seine gläubigen nachkommen alaihi salatu wassalaam er wird dort seine ummah erwarten wie wird er sie erkennen er wird sie erkennen an den spuren der gebets wasschung denn diese körperteile die sie gewaschen haben um sich für das gebet vorzubereiten diese werden hell leuchten jaum und so wird er sie erkennen und dann wird er sie nehmen und sie begleiten alaihi salatu wassalaam subhanallah in der dunya in der dunya hat er so viel um seine ummah geweint alaihi salatu wassalaam und jetzt gibt es niemanden niemanden der den verbrechern den islam hassan nur sagt ihr seid gesündelt ihr habt keinen wert ihr seid es die uns angreifen und dann erzählt ihr uns etwas von menschenrechten wo sind die leute die nur diese wörter sagen mehr nicht so weit ist es gekommen rasulullah salatu alaihi wassalaam hat um seine ummah geweint und wer wer sagt der prophet salatu alaihi wassalaam ist der beste mensch und du der über ihn redest du bist der größte schmutz wer sagt das möge ist werdet dann erfahren wer ist über den eine strafe am tage der auferstehung kommen wird die ihn mit schande bedeckt und wer eine dauerhafte strafe in jahannam bekommen wird subhanallah dann kam der befehl von allah azzawajal denkt daran als die leute sich lustig gemacht haben und über nuh gespottet haben dass ihr ein schiff baut mitten in der wüste wo es keinen tropfen Wasser gab so sagt allah subhanahu wa ta'ala als unser befehl erging sagt allah subhanahu wa ta'ala und das Wasser gebrodelt hat wie aus einem Ofenkessel da sprachen wir lade auf deinem Schiff von jedem Paar von jeder Gattung von den Tieren ein Paar und deine Familienangehörigen dazu ausgenommen außer diejenigen die bereits verurteilt sind über die das Wort Allahs ergangen ist und die Gläubigen nimm sie mit auf dein Schiff die Gläubigen die zu ihm hielten waren aber nur sehr wenige die Gelehrten sagen nur alaihi salatu wasalam hat in der gesamten Zeit wo er sein Volk zur Wahrheit zum Tauhid zu La Ilaha Illallah gerufen hat nur zwischen 14 und 80 Leuten so wurde gesagt von den Gelehrten so konnte er lediglich diese geringe Anzahl überzeugen vom Islam Allah Allah Akbal Schaut mal wenn wir in dieser heutigen Zeit in einem Monat niemanden zum Islam bringen so fühlen wir uns als hätten wir das heuchlerigste Herz und wir wären diejenigen die am nachlässigsten in der Dauer wären aber Subhanallah 950 Jahre lass es 1000 Jahre sein das bedeutet oh Diner Allahs wenn es auch 100 Leute gewesen wären pro 100 Jahre kommen nur 10 Leute zum Islam pro 100 Jahre das sollte uns im Gedächtnis bleiben was für eine Geduld Nuh hatte wenn auch die Erfolge in der Dunja nicht sofort sichtbar sind so wisse sie werden umso sichtbarer die Überlieferung ist ein Mann ein ein rechtschaffner Mann von den Gläubigen zu Allah und dann wird Allah in einen Berg von Hassanat zeigen dann wird dieser Mann gucken auf diesen Berg von guten Taten der gewaltig ist und er wird sagen oh mein Herr woher kommt dieser Berg so sagt Allah du hattest einen rechtschaffenen Sohn der für dich um Gutes gebeten hat du hast das vielleicht nicht sofort in der Dunja gesehen aber so sind die Ergebnisse du siehst nicht alles sofort in der Dunja manches siehst du erst später wie viele sind zum Islam gekommen zwischen 14 und 80 Leuten die den Islam angenommen haben so sagte Nuh ich bin unterlegen ich habe Enge in meinem Leben du siehst wie meine Situation ist sie wollen mich töten und sie verspotten mich und es liegt es fehlt nicht mehr viel bis sie mich angehen ich bin unterlegen ja Allah helfe mir Phantasir bedeutet helfe mir schnell wie die Gelehrten gesagt haben höre was Allah gesagt hat und ich möchte dass du lernst Allah ist der Allmächtige wir reden über ein Wüstengebiet wo es keinen einzigen Tropfen Wasser gab wir öffneten dann die Tore des Himmels sagt Allah so dass das Wasser von oben vom Himmel herabströmte herunterströmte und aus der Erde gleichzeitig haben wir Quellen hervorsprudeln lassen Wasser von oben und unten welches sich vereinigt hat und so war der Befehl Allah ausgeführt subhanahu wa ta'ala Nuh alaihissalatu wasalam er sah diese Wassermengen und ihr überlegt was das für ein Bild ist für jemanden der nur ein trockenes Wüstengebiet gewöhnt ist dass dieser auf einmal solche Wassermassen vor sich sieht er sagte er sagte zu ihnen steigt ein steigt auf auf das Schiff jeder nicht jeder nur die die ausgewählt waren und dieses Schiff von Nuh wo nur ausgewählte Leute aufsteigen durften das ist unsere Sunna in der heutigen Zeit wer dieses Schiff besteigt so wird er errettet sein und wer sich von diesem Schiff entfernt so wird er unter denjenigen sein die erträngt werden möge Allah uns immer auf der Sunna befestigen so sagte er steigt auf im Namen Allahs wenn es losgeht mit der Fahrt und am Ende wenn dieses Schiff stehen bleibt im Namen Allahs so sagt Allah so fuhr dieses Schiff und es kamen Wellen so hoch wie große gewaltige Berge kein Tropfen Wasser auf einmal kommen Wellen so hoch wie gewaltige Berge nur hat die Gläubigen mit auf sein Schiff genommen nur hat die Tiere mit auf sein Schiff genommen diese wurden errettet niemand außer ihnen wurde errettet nur hat sich Sorgen gemacht so rief er sein Sohn er sagte oh mein Sohn steige ein mit uns und bleibe nicht mit den Ungläubigen zurück dieser Sohn er stand abseits er dachte er kann sich von diesen Fluten befreien er kann sich von diesen Fluten entfernen und er wird nicht mit gerissen er sagte zu ihnen oh mein Sohn der Abseits stand komm steig mit uns ein und bleibe nicht mit den Ungläubigen zurück ich weiß diese werden ertränkt an diesem Tag er Und so haben die Wellen zwischen dem Vater und Sohn getrinkt. Und er gehörte zu denjenigen, die ertrinkt wurden. Subhanallah. Nuh a.s. war ein Vater. Und er hat diesen Sohn geliebt. Und er hat diesen Sohn getragen und auch gerochen. Er hat mit ihm gespielt. Und dieser Sohn war kein Fremder für ihn. Er war von seinem eigenen Blut, von der eigenen Haut. Aber Allah errettet nur diejenigen, die er auserwählt hat. Und für Allah subhanahu wa ta'ala spielt es keine Rolle, ob du der Sohn von einem Propheten bist. Oder ob du die Frau von einem Propheten bist. Wenn du nicht selbst die Wahrheit annimmst, so wird dir diese Person nichts nützen. Er sagte, komm steig auf und gehöre nicht zu denjenigen, die ertrinkt werden. Er dachte, dass er sich retten wird. Und es wurde befohlen von Allah Azzawajal. O Erde, verschlinge dein Wasser. O Himmel, hör auf zu regnen. Allah hat bestimmt, dass ab jetzt kein Tropfen Wasser mehr hinzugefügt wurde. Und das Wasser begann zu sinken. Und die Angelegenheit war entschieden. Und das Schiff kam auf Judi zur Rast. Dort ist es stehen geblieben. Und es wurde befohlen, fort mit dem Volk der Frebler. Sie sollen alle vernichtet werden. Subhanallah. Ja, meine liebe Geschwister, dieses Schiff war nur bestimmt für Leute, die Allah auserwählt hat. Von einem ganzen Volk hat Allah nur eine kleine, ja sehr kleine Gruppe von Menschen bestimmt, die errettet werden. Die Mehrheit ist nicht der Beweis. Wenn du siehst, dass die Mehrheit übles Tunde sind, sie sind niemals der Beweis, sondern derjenige, der errettet wird von Allah und nach der Rechtleitung lebt, der nach der Rechtleitung lebt und dafür von Allah subhanahu wa ta'ala errettet wird, dieser ist derjenige, der auf dem richtigen Weg ist. Deswegen lasst euch nicht blenden von denjenigen, die euch eine andere Zukunft verkaufen wollen, als der Islam, der die einzig wahre Religion ist und der für dich das Beste im Diesseits und im Jenseits vorgesehen hat. Subhanallah. Dieser Sohn ist mit den Wellen verschwunden. Dieser Sohn wurde von den Wellen erfasst. Und so gehörte er zu dem ungläubigen Volk. Wer wurde errettet, wenn Allah Tiere errettet hat? Denke darüber nach. Aber Leute, die nicht bereit waren, die Wahrheit anzunehmen, was denkst du, wer bei Allah einen höheren Stellenwert hat? Und das ist das Beste, das Allah Azze und Jelle uns geben konnte. Und nöde Nuh, und nöde Nuh, Rabe, Er konnte sich das nicht verkneifen. Es war sehr schwer für ihn. Er sagte zu seinem Herrn, Oh mein Herr, mein Sohn, er gehört doch zu meiner Familie. Und dein Versprechen ist doch wahr. Und du bist der beste Richter. Ja, Allah, mein Sohn, errette ihn. Er sagte, Oh Nuh, er gehört nicht zu deiner Familie. Er ist vielleicht von deinem Blut. Und er ist von deiner Nachkommenschaft. Aber er gehört nicht zu deiner Familie. Er gehört zu den Kuffar. Du aber bist einer, der errettet wurde. Und Allah sagt, Dies ist kein Rechtsschaffner. Das heißt, Amalun Royru Salih. Dieser ist jemand, der einen falschen Weg eingeschlagen hat. Der nicht den Weg der Rechtleitung von seinem Vater folgen wollte. Und deswegen hat Allah Azza wa Jalla ihn getadelt. Nuh, alayhi salatu wa salam. Fa la tasalni ma leysa laka bihi ilm. Inni a'iduka an takuna min al-jahilin. Ich warne dich, Januh. Frage mich nicht nach etwas, von dem du keine Kenntnis, kein Wissen besitzt. Ich ermahne dich, damit du nicht zu einem der Unwissenden gehörst. Allahu akbar. Das ist ein Darst für uns alle. Das ist eine Lehre für uns alle. Liebe Geschwister, das Blut von uns ist eine Sache. Dass unser Kind von uns kommt, aus dem Bauch seiner Mutter kommt. Aber die Gläubigen verbindet tatsächlich nur la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Sonst nichts. Abul Barak, kannst du mir das bitte erklären? Hat Noah, Nuh, alayhi salatu wa salam, hier einen Fehler gemacht? Nein. Denn Allah hat nicht verboten, dass man jemanden von der Familie liebt, eine natürliche Liebe, wenn diese Person auch kein Muslim ist. Aber diese Liebe geht nicht über die Liebe zu Allah hinaus. Hast du nicht gehört? Er gehört nicht zu deiner Familie. Das ist das Gesetz Allahs. Der Prophet, salallahu alayhi wasalam, sagte Allah, indem er ihn gebeten hat, ja Allah, sei barmherzig mit meiner Mutter. Dann hat Allah, alayhi salatu wa salam, Ayat herabgesinnt. Und Allah hat ihn verboten, für seine Mutter um Vergebung zu bitten. Weil das das Maß überschreitet. Hat der Prophet, salallahu alayhi wasalam, nicht seine Mutter geliebt? Warum bittet er Allah darum, dass er für sie um Vergebung bitten kann? Weil er sie geliebt hat. Das nennen wir eine menschliche Liebe. Hubjibilli. Das ist nicht etwas, was verboten ist in der Religion. Selbst wenn dein Familienangehöriger kein Muslim ist, der Prophet, salallahu alayhi wasalam, hat Abu Talib geliebt. Aber Abu Talib ist nicht als Muslim gestorben. Und als er gestorben ist, konnte der Prophet, salallahu alayhi wasalam, nichts mehr für ihn machen. Ja, sogar als Ali, ibn Abu Talib, gekommen ist, sagte er zu ihm, bring, oder er sagte zu ihm, geh und beerdige deinen alten, irregehenden Vater. Die Zwege waren getrennt. Was hat der Prophet, salallahu alayhi wasalam, an Mühe gescheut, um seinen Onkel Abu Talib in der Dunya zum Weg zu bringen? Und er hat ihn geliebt. Du kannst nicht denjenigen recht leiten, den du liebst, sagte Allah azawajal zu ihnen. Und damit war Abu Talib gemeint. Aber als er gestorben ist, haben ihre Wege sich getrennt. Das ist Allah. Er ist unser Maßstab für die Liebe. Und subhanahu wa ta'ala, wer sind wir, dass wir uns dem widersetzen, was Allah azawajal für uns vorgeschrieben hat. So beenden wir, liebe Geschwister. Nuh alayhi wasalam sagte, oh mein Herr, ich suche Schutz davor, dass ich dich nach dem frage, wovon ich kein Wissen habe. Und wenn du mir nicht verzeihst und dich meiner erbarmst, so werde ich unter den Verlorenen sein. Siehst du die Reaktion der Gläubigen? Sie sind nicht hochmütig. Er hätte auch sagen können, ja Allah, das ist Unrecht von dir, dass du meinen Sohn nimmst, wie manche Leute das heute tun. Er ist ein Muslim. Und er sagt, wenn Allah ihm sein Kind nimmt, warum mein Kind? Hättest du nicht ein anderes Kind nehmen können? Warum bist du ungerecht, ja Allah? Subhanallah. Schaut mal, Nuh alayhi salatu wasalam. Und wenn du mir nicht verzeihst und dich meiner erbarmst, so werde ich, obwohl er hat in dem Sinne nichts Falsches gemacht, das ist sein Sohn. Er hat ihn geliebt, was verständlich ist. Er ist der Vater von diesem Sohn. Aber Subhanallah, er hat auch gleich verstanden, dass Allah zwischen beiden getrennt hat. Und so hat Nuh alayhi salatu wasalam bei Allah azzawajal bereut. Dann wurde gesagt, oh Nuh, steige aus. Dich begleitet Friede von uns. Allahu Akbar. Segen sei über dich und über den Generationen, die mit dir sind. Es werden aber auch Generationen kommen, die wir im Diesseits etwas genießen lassen und dann mit einer qualvollen Strafe im Jenseits bestrafen werden. Subhanallah. Das war die Geschichte von Nuh alayhi salatu wasalam. Was haben wir gesagt? Der Todesengel kam zu Nuh alayhi salatu wasalam. faqala ya atwala nabiyin umra. Keifa wajatta dunya waladzataha. Er sagte, oh du Prophet, der du am meisten, am längsten gelebt hast von allen Propheten. Wie fandest du den Genuss in der dunya? Das heißt, wie lange ist dir dieses Leben vorgekommen? Qala karajulin dakhala baytan lahu baban faqama fi wasatil bayt thumma kharaja minal babil akhar. Er sagte, ich habe mich gefühlt wie jemand, der in einen Raum von seinem Haus hereinkam und durch die mittlere Tür vom anderen Raum wieder herausgegangen ist. Das war nur ein kurzer Moment. So kamen mir diese über tausend Jahre vor. Subhanallah. Und du spielst herum in dieser Dunya und denkst, dass du noch ein langes Leben hast. Möge Allah azawjall uns befestigen auf der Wahrheit. Möge Allah azawjall uns nicht von dieser Wahrheit abwaschen lassen. Möge Allah azawjall uns mit diesem Propheten vereinen. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von As-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanahu wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illan. Astaghfiruka wa atubu leik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabarak loo fikum. Wajazakum Allah khairan. Wibhish besta.